Musik Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains in World 4. Der Asuma Express ist heute das große Thema und da werden wir jetzt dann das Training mal versuchen zu finden. Aber ich gehe davon aus, dass es hier im ersten Kapitel versteckt ist. Zehn Minuten soll das Ganze dauern und dann lernen wir heute mal den Asuma Express auf unserem Testring kennen. Und schauen wir mal was die Kiste kann und vor allem der Sound. Der hat mich jetzt in der Einführung doch ein bisschen gestört. Hat sich angehört als würden wir mit dem Dieselbomber durch die Gegend fahren. In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man einen BR Class 801 Elektrotriebzug fährt. In dieser kurzen Einführung werden Sie etwas über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Passagierbetrieb lernen. Wenn Sie bereit sind, betreten Sie den Führerstand. Ja, bereit, bereit, ne? Bereit ist ein großes Wort, ne? Ich denke schon. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz, damit Sie den Zug für die Fahr... Alter, ist das eine Einführung? In dieser Einführung werden Sie eine komplette Runde fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen, wenn Sie den nächsten Halt erreicht haben. Ich liebe die Ufos. Um das Steuerpult zu entsperren, stecken und stellen Sie den Hauptschlüssel ein. Mit dem Richtungsschalter stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Stellen Sie die Zugspitzensignale ein. So können andere in ihrer Umgebung erkennen, dass der Zug in Betrieb ist. Auf dem Zug, ich lasse es zum Beispiel, okay, alles klar. Um die Fahrgäste zusteigen lassen zu können, müssen sie die Fahrgasttüren öffnen. Lang für den Schnellzug. Zwo, vier, sechs, acht, zehn Wagen oder was sind's? Da könntest du ja hier sehen. Irgendwo. Neun Wagen sind's und 233 Meter, das ist ja fast länger als der ICE. Also als unsere kurzen ICE, ist die ICE 2, ne? Ist schon, ist schon ordentlich. Also das sind ja alles, da brauchen wir mal Ufos, ja? Das ist ja wahnsinnig. Da bist du mal nach vorne bei den ganzen Knöpfen hier. Es ist Zeit zur Abfahrt. Schließen Sie die Fahrgasttüren. Der Zug besitzt einen Kombihebel-Leistung-Bremse. Um den Zug in Bewegung zu setzen, bewegen Sie den Hebel in den Leistungsbereich. So, los geht's. So, los geht's. Ich sehe jetzt nix hier. Ach, wir haben einen Dieselstart. Wir haben einen Diesel. Das ist ein Zwei-Sie-Sie-Sie-Fahrzeug. Ding war da rein so laut. Und einen Diesel will auch noch ein Stück fahren. Ey, das hab ich nicht gewusst. Das ist ein Zwei-Sie-Sie-Fahrzeug. Cool. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremsen ein wenig an, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Habt ihr gerade die Klarna-Werbung gesehen? Die im September 2019 eingeführten Klaas 801 wurden als Ersatz für die in die Jahre gekommenen Intercity 125 und 225 gebaut, die zu dieser Zeit die Hauptzüge auf der East Coast Mainline waren. Die Klaas 801 Flotte wurde als reiner Elektro-Triebzug konzipiert, verfügt jedoch über einen einzelnen 560 Kilowatt, 750 PS starken Dieselmotor, der in einem der Wagen für den Notbetrieb eingebaut ist. Diese Baureihe hat eine maximale Leistung von 4500 Kilowatt, 6000 PS und eine maximale Betriebsgeschwindigkeit von 124 Meilen pro Stunde. Der Deal ist nur als Notbetrieb da. Jetzt will ich auch mal kurz was ausprobieren. Beziehungsweise muss man erstmal herausfinden. Erstmal machen wir diesen hier, ne? Ja, hört sich schon mal nicht schlecht an. Äh... Hat das Ding ein... Eine Speed Control? Das wurde nämlich... Ich habe nämlich die Frage gelesen. Ich entdecke jetzt hier aber erstmal nix. Warte mal, hier könnte noch was drin sein, ne? Ja... Journey, Saloon, Status, Dual Mode, Event. Da muss man mal ein bisschen rumfliegen, glaube ich. Okay. Da muss man vielleicht mal suchen. Wo ich da versteckt bin. Vielleicht habt ein oder andere von euch das ja schon rausgefunden. Schreibt es mal in die Kommentare. Also mit... Mit R und F... Ich gehe mal fest. Das sieht wirklich an, als wäre der Diesel, ne? Das ist nicht so krass, wie in der Einführung vorhin. Ey, irgendwo hier... Hier müsste ja ein Teppich gesteckt sein. Wir fahren auf jeden Fall mit einem 25 KV. Sie nähern sich dem Bahnhof. Bereiten Sie den Zug darauf vor, langsamer zu werden. Ich suche es nochmal herauszufinden. Ich weine aber irgendwo in Tempomaten. Verwunden Sie den Kombihebel, um etwas Bremskraft anzuwenden und den Zug in der angegebenen Position sanft anzuhalten. Also, ich finde den Zug schick, ne? Mit der kleinen gelben, mit dem bisschen gelb hier vorne und dann das Rote als Linie, so ein bisschen und dann mit diesen dunklen Streifen da drauf. Das hat so ein bisschen... Auch ein bisschen was Klassisches. Also, ich finde das schon schick. Oder die Waldpfee? Ihr wisst ja, ich bin nicht immer so der größte Fan von dem, wie die Engländer ihre Züge lackieren. Aber hier in diesem Fall muss ich sagen, nicht schlecht. Also, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich mit meinem Dachung im Auge behalte, damit ich weiß, wie schnell ich bin, weil ich ja keine... keine Hartz mehr benutze. Die Zeiten sind ja vorbei. Der eine oder andere von euch würde sich bei mir bedanken, glaube ich, dafür. Also, selbst auf den englischen Strecken bin ich inzwischen so fit, was Signale betrifft und so, dass ich da eigentlich auch nichts mehr brauche. Ebenso in Frankreich. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut inzwischen. Aber in Frankreich sind wir eh nicht viel unterwegs. Aber was dieses Jahr noch kommt, ist ja noch nicht alles angekündigt. So, jetzt will ich den Tempo warten. Das würde mich interessieren. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Na ja, okay. Gut. PBD-Azuma-Treffen schließen Sie das Trainingsmodul ab. Dann haben wir die 801 dann auch fertig. Dann sehen wir uns um 18 Uhr dann mit dem ersten Szenario mit diesem wunderschönen Fahrzeug. Und da lade ich euch natürlich ein, wieder einzuschalten. Ich werde versuchen, ich kann es aber nicht versprechen, in dem Chat mit drin zu sein. Ich habe nämlich, wenn das kommt, schon seit 30 Minuten Arbeit und der eine oder andere wird es ja mitbekommen haben, dass ich die letzten zwei Tage, also gestern und heute, nichts anderes gemacht bzw. machen werde, als Leute zu lotsen, die eine Strecke fahren, auf der sie nicht kundig sind. Und ja, deswegen mal gucken, ob ich da die Zeit finde, dann auch mit in dem Chat zu sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und hoffe, ihr seid dann morgen wieder mit dabei. Morgen geht es mit der Flying Scotsman weiter, habe ich mir überlegt, damit wir dann mit der Strecke auch durch sind. Und wir gehen dann am Montag auf die amerikanische Strecke. Am Sonntag, also wenn wir den Flying Scotsman, nee gar nicht, wir gehen auf die amerikanische Strecke. Doch, wir gehen nach Amerika, hat einen anderen Grund. Weil wir machen ja auch Livestream, Sonntag, Montag und Dienstag jeweils, für alle drei Strecken einmal. Lasst euch einfach überraschen, ihr kennt mich ja. Also, Abo, da lasst ein Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr, Däumchen nach oben. Kommentare werden wie immer von mir persönlich beantwortet. Und ihr dürft natürlich weiterhin sehr gerne auf den Discord kommen, Einladung steht. Und der Link dazu ist in der Beschreibung. In dem Sinne, euch jetzt noch einen schönen Abend und gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.